ja hallo wieder herzlich willkommen wieder bei groby tv unserem youtube kanal ihr seid immer interessiert an stories so zum thema film und was dahinter so alles passiert und heute bin ich auf dem gelände der pille film pille film ist ein großer anbieter und verleiher von technik die man zum filme produzieren benötigt und hier findet ein tolles event statt und zwar ein 4k event wir haben ja nun vor einigen wochen unseren 4k sony beamer präsentiert ihr seht dass bei 4k 4k auflösenden systemen einiges in bewegung ist und heute trifft sich hier mal so die szene und zeigt mal was man mit 4k alles machen kann und welche technik ist eigentlich mittlerweile gibt von der kamera bis hin zum projektor bis zum schnittsystem die man heute nutzen kann und wie das ganze auch bedient werden kann und darüber wollen wir eigentlich mal berichten und da bin ich mal gespannt was wir hier im laufe der nächsten stunden erleben werden ja neben mir steht christian christian vielen dank dass wir hier heute auch mal sein dürfen dass das event überhaupt hier stattfinden wird stell dich mal kurz vor du bist was hier in dem unternehmen ich bin der disponent der disponent das heißt was machst du den ganzen tag also leute kommen sagen sie hätten gerne kamera mit equipment ich kalkuliere das entsprechend und schick dir ein angebot und dann gucke ich dass die sachen dann auch da sind zum vereinbarten zeitpunkt und schaue dass das auch mit anderen produktionen nicht kollidiert miete unter umständen zu und am schluss rechne ich dann das projekt ab ja jetzt sind wir auch schon mit einem thema es geht nämlich um das ganze thema film produktion also es ist nicht so dass die regisseure kamera leute alle ihr eigenes equipment immer haben um dann solche filme zu drehen sondern ganz im gegenteil das meiste leihen die sich wahrscheinlich für so eine produktion fängt beim scheinwerfer an und dann bei bestimmten kabeln nachher noch auf je nachdem denke ich mal richtig genau kamera lebt höhne auch fahrzeuge zum beispiel wie wie lange gibt es euch wie ist das ganze angefangen von der geschichte mal ungefähr 25 30 jahre schon ja und dann habt ihr angefangen mit kameras die verliehen wurden stative oder was hat man so am anfang gemacht nicht ich muss gestehen dass ich die anfänge die ganz ursprünglichen anfänge nicht mitgekriegt habe es war zum teil eben vertrieb auch verkauf auch von genau richtig aber die allermeiste zeit war es tatsächlich ein verleihe und wenn ich mich jetzt hier umschaue habt ihr hier unter anderem in der scheinwerfer abteilung also wie läuft das die rufen dann schon wochen monate vorher an sagen hey wir drehen im nächsten film in köln und wir brauchen noch zu diesen tagen dann die entsprechende technik oder ganz im gegenteil das läuft dann meistens so morgens stellen die fest die bauen einen scheinwerfer und dann rufen die bei euch an und dann müssen die dafür auch sofort kommen und auch sofort das equipment bekommen verschieden tatsächlich also es ist tatsächlich so dass ich sage filmproduktion fernsehfilm kinofilm die sind eher ein bisschen längerfristiger voran wir arbeiten aber größtenteils werbung und da kann das ja kurzfristig sein das ist meistens eine woche vorher wir wissen zwar meist dass was kommt irgendwann aber die equipment zusammenstellungen erfahren wir eine woche vorher manchmal drei tage vorher erst und dann kommen die mit ihren wagen oder habt ihr dann eigene wagen und dann ladet ihr das ganze equipment einfach zum set hin stellt das dann zur verfügung mit euren leuten auch teilweise oder wie läuft das wieder ist es so die kunden die produktion schicken ihre leute die dann die sachen hier auch noch mal verfeinern a liegt es dran sie wollen natürlich genau wissen wo sind die sachen dann auf einer lkw weil geschwindigkeit ist natürlich da das a und o dass sie nicht fragen müssen und b ist es natürlich so dass man beim laden häufig noch zusätze gerne hätte weil man merkt oder das baue ich lieber so am set dran deswegen schicken ihre eigenen leute und dann laden die das auf die lkws und fahren dann zum set und drehen dort bringen es dann wieder zurück und entladen die sachen dann auch und das hat gesagt das sind also werbe partner werbefilmer die die technik nutzen kinofilme fernsehfilme das ist so das übliche privatleute können die theoretisch auch bei euch was leiden grundsätzlich können die auch sachen mieten letztlich so wir sind vertreten von prosumer segment an bis auf zum high end segment insofern also prosumer passiert schon mal dass auch jemand privat eine kamera mietet ich habe jetzt hier paar filmpuster hinten gesehen in den studios müssen wir also da hinten auch in den büros sind das filmpuster wo ja mit dran beteiligt war direkt weil technik von euch dabei war sag mal ein paar namen vielleicht slumdog millionär zum beispiel ja richtig das hochzeit video läuft jetzt demnächst an das war auch technik von euch aber auch technik von uns oder wir haben den klitschko film gemacht diese doku über die wahl diese doku also wir haben sehr viel eigenes material drin dass sie schon hatten aber das was dazu kam das haben wir ausgestattet okay jetzt haben wir ja hinter und hinter dir haben wir ein tolles neues spielzeug würde man eigentlich sagen aber es ist ja mehr als nur ein spielzeug das ist ja ein neuer wie nennt man das ding eigentlich kamerakran oder wie nennt man sowas das ist ein teleskop kran das ist ganz neu der ist ganz neu das ist gerade eben das papier mehr oder weniger entfernt wurde richtig richtig ganz genau und das ist jetzt so ein ein kamerakran oder noch mal mit teleskop haben der ja heute von kaum einer produktion wegzudenken ist noch damit kriegt man es wird tatsächlich effekte richtig ja also das spannende an diesem kran ist dass er quasi im on teleskopierbar ist normalerweise heißt es ist so dass man ein kran fest aufbaut in der festen länge und dann kann man den kran schwenken also die länge bleibt konstant und hier ist es so dass man den kran tatsächlich während der aufzeichnung ausfahren kann auf sieben meter und dadurch erreicht man natürlich ganz andere kamerafahrten zum fall auch und ganz andere kameraschwenks wenn der kran das würde ich mir gerne mal anschauen machen wir das doch mal ja gerne christian du bist jetzt an so einem stativ das kennt man ja an sich nur dass die kamera jetzt hier nicht hier drauf ist sondern die befindet sich jetzt am ende von dem teleskop habe ich gleich richtig ne genau das heißt wenn du es jetzt bewegst hier wie man normalerweise macht im kamerastativ dann bewegt die sich absolut synchron dazu richtig also das ist ein remote cop sozusagen das heißt wenn ich den remote cop hier an der fernsteuerung drehe dann wird man an der kamera auch sehen dass sich die kamera auch in die entsprechende richtung bewegt dann hast du dann kontroll monitor und siehst dann direkt bleibt das signal richtig genau und damit stellst du die schärfe einen suchen das macht man dann darüber ganz aber den kamera kann oder den teleskop kann selber jetzt von der bedienung her kann man dann über den operator machen oder den bedient ein kollege gehen mit dem kollega also muss schon mit zwei leuten mindestens arbeiten richtig genau okay wenn er jetzt hier so rausfahren soll was muss ich denn da machen da müssen wir einfach nur die handbedienung bedienen ja mach doch mal die waldfeder geht aber richtig weit ne was war das wie viel meter also schon ein großer bruder ne ok gut und was ist jetzt so wichtig an so einem kran was muss der alles können ich kenne mal der muss wahrscheinlich vibrationsarm sein dass er nicht anfängt da vorne zu wackeln oder so richtig muss auch wenn man los fährt und wenn man anhält muss er das sanft machen das nicht vorne die kamera nach schwingt ok unähnlich jetzt haben wir relativ kompakte daran könnte man doch deutlich schwerer wahrscheinlich da kann man noch schwerere kameras da ansetzen ok und was machst du jetzt du musst jetzt bewegen nach oben nach unten nach rechts nach links der operator hat dann meistens sogar einen zweiten mann weil wenn man halt eine große drehung machen großen schwenk je nachdem wie stark der ist muss natürlich der zweite mann hat den schwenk mit abfangen aber der erste mann der bedient halt und gibt die führung vor und du darfst dich jetzt in den nächsten tagen damit weiter beschäftigen und darfst jetzt fleißig üben mehr oder weniger wir dürfen mal fragen was so ein teil kostet so ungefähr wo liegt sowas preislich wenn ich jetzt sage ich der kamera kran also der teleskop kran mit dem system da wo liegt sowas fünfstellig sechsstellig ungefähr sechsstellig echt ja okay schickes teil das ist jetzt euer erster den ihr in dieser art habt ja ja das ist der erste teleskop kran wir haben feste kamera kräne wie man sie aus dem filmbereich auch kennt aber für werbung werden jetzt eben häufig teleskop kräne verwendet du hast vorhin gesagt ihr seid auch ein spezialist für 3d lösung oder für 3d produktionslösung habe ich ja soweit richtig verstanden also es ist so ein schwerpunkt wo er ein bisschen darauf fokussiert hat dass sie also technik für die 3d produktion anbietet richtig wir haben versucht auch mit bei den ersten dabei zu sein und haben in dem sind schon verschiedene produktionen jetzt auch 3d gemacht und wir bieten auch hier in dem sinn die professionelle lösung zwei kameras an haben also spiegelricks mehrere wo wir dann entsprechend mit den gängigen filmkameras 3d drehen können und das heißt das macht das jetzt das heißt ihr seid ja nicht nur der anbieter von hardware müsst ihr auch mal wissen was eigentlich jetzt so markt abgeht und wie das ganze auch nachher funktioniert bedient wird da seid auch mit relativ viel know how denke ich mal dabei auch unterstützen teilweise oder es ist tatsächlich so dass inzwischen sehr viele fragen wie bearbeite ich das material weiter ich meine früher film haben einfach durchgeguckt okay das werde ich schon irgendwie kriegen aber sehr viele fragen was passiert hinterher kommen tatsächlich auch an uns ran wir arbeiten sehr eng auch mit postproduktionsfirmen zusammen es gibt da schon noch eine trennung tatsächlich aber es ist so dass es manchmal spezialformate gibt wenn wir jetzt an highspeed kameras denken das war ein zweites stichwort es auch erwähnt viel mit highspeed auch also das sind sachen die sicherlich auch in der werbung teilweise dann häufig auch genutzt werden richtig richtig ganz klar sieht man häufig in der werbung so hochgeschwindigkeitsaufzeichnungen und da werden häufig spezialformate verwendet die wir dann auch entsprechend wandeln müssen dass die postproduktion das entsprechend auch lesen können das da fängt es an fließend tatsächlich über zu gehen das ist eigentlich unser stichwort weil das ist ja der grund warum wir hier sind weil wir ja hier mit verschiedenen partnern mal präsentieren möchten was mit 4k mittlerweile alles möglich ist von der kamera bis hin zur wiedergabe und was dazwischen sich so alles befinden müsste und darüber wollen wir jetzt mal weiter berichten dann würde ich sagen gehen wir mal zum nächsten raum und schauen was dort ausgestellt wird vielen dank erstmal bis dahin danke auch der sollte sich mal diese tolle speicherkarte anschauen ich habe mir sagen lassen hier sind 512 gigabyte drauf und kosten pi mal doch ungefähr 7000 euro etwa die karte sie gehört zu dieser wunderschönen kamera richtig ja wir haben nämlich in den letzten monaten immer wieder über 4k und auch über das thema produktion von 4k filmen besprochen oder gab es dann mehrfach auch den namen von kameras wie der red oder in dem fall sony f65 und diese sony f65 steht doch wahrhaftig vor uns so du bist jetzt von welcher firma ich bin von pille film und dein name ist ich bin der uli eidemüller von der firma pille wo wir jetzt gerade sind genau wunderbar und ihr habt diese wunderschöne kamera im verleih ganz genau und das heißt diese kamera wenn ich mir die jetzt mal anschaue da hat ja man hat ja ein body wie ich das richtig sehe also ein kamera body und da kann ich dann jetzt eine ganze menge komponenten anschließen jetzt haben wir ja vorne hier das objektiv jetzt besonders das ist noch gar nicht mal so besonders das ist eigentlich ein normales objektiv wie wir es auch früher für filmaufnahmen nutzen würden wie wir sie auch an der red nutzen würden das ist ein pl gefasstes 35 mm objektiv man heißt ein pl pl mount ist einfach der anschluss vorne zack zack geht die ohne werkzeug genau das ist der das ist eine festbrennweite die wird halt gewechselt da gibt es so ganze kisten voll mit objektiven ich habe vorhin gesehen dass allerdings wohl ein zwei besonderheiten sind die es vorbereitet dafür dass die daten irgendwie weitergeben kann die hat also eine feste brennweite genau das ist eine feste brennweite er hat jetzt als besonderheit ein lens data system drin das heißt die optik hat eine elektronik drin die optik weiß bei welcher blende bei welchem fokus wir sind gibt diese informationen weiter an die kamera und die kamera kann das in metadaten mit aufzeichnen das heißt zu jeder aufnahme die ich dann später am schnittpult habe kann ich genau sehen welche schärfe eingestellt war welche kann ich sogar die blende und so weiter genau kann ich sogar zu jedem frame einzeln sagen bei jedem frame bei jedem bild wird mit aufgezeichnet wohl stand der fokus wo stand meine blende und dann gibt es ja mal den jungen der mit so einem mit so einem gerät da rumläuft und ein bisschen schärfe nachziehen muss der sieht dann auch die daten direkt zeigt ihm das objektiv an das ist prinzipiell möglich genau ist möglich es gibt funkschärfesysteme mit einem display sie dann einfach diese daten hier anzeigt der zeigt er sogar an wie groß der schärfen bereich ist der ist abhängig von der blende und dann sagt er dir mit einem setting ich bin jetzt von drei meter bis zehn meter ist scharf also die optik ich schon ungefähr irgendwas zwischen 10 und 15.000 okay so die kamera jetzt ist bei der kamera ein echtes tatsächliches 4k in der aufzeigen oder nimmt sie sogar mehr auf von der aufzeigen nein die zeichnet ein 4k raw auf wobei es ist ein spezieller sensor genau genommen ist es sogar mehr sie hat 4k grüne pixel und dazu noch mal jeweils 2k rot 2k blau also wenn da red draufstehen würde die würden sagen es ist eine 8k kamera ach so okay das heißt aber das beruf zu bräuchten diese mehr pixel die da irgendwie sind kann ich so den bildauschnitt später verändern oder was ist also es ist so momentan werden nur 4k unterstützt das heißt wir haben recorder der 4k aufzeichnet wo dann dieses sie ganz schön total reinkommen genau das lege ich jetzt am besten mal zur seite das bin ich ganz so wohl das heißt wir zeichnen maximal 4k auf auch die ganze software hinten dran ist nur für 4k ausgelegt es könnte aber durchaus sein dass sony in einem jahr in zwei jahren irgendwie ein software update rausbringt sagt hier okay wir machen jetzt wir interpolieren euch jetzt 8k aus dem sensor weil da ist die information wäre da also das heißt kamera kopf ich kann mir verschiedene objektive dran setzen da hinten ist der recorder da kommt dann diese wunderschöne flache karte rein die daten sind da drin ich zeichne auf und mit was für einer geschwindigkeit wird aufgezeigt was sind das für datenmengen das ist ja wahrscheinlich gigantisch das ist also maximal zeichnet die kamera mit 5,5 gigabit pro sekunde auf das entspricht etwa 600 megabyte pro sekunde das heißt auf dieser karte die hatte jetzt 512 gigabyte bei typischer verwendung jetzt 25 bilder drehe reicht 30 minuten wenn ich zum beispiel 60 frames drehe was auch im amerikanischen markt für das kino immer wieder interessant ist ist nach einer viertelstunde schluss also die 512 gigabyte jetzt habe ich gesehen da drüben gibt es dann so ein apparat da stecke ich das mehr oder weniger rein aber je nach geschwindigkeit gibt es ja wohl verschiedene schnittstellen kann das schon mal eine stunde anderthalb dauern bis die daten übertragen sind genau im moment ist es noch so dass das herunterladen der daten deutlich länger dauert wie das aufzeichnen wir hoffen da auf weitere firmware updates und neue geräte die noch schneller sind das heißt dann der sogenannte workflow wie ich das hier dauernd höre also hier die weiterverarbeitung da wird weiter dran optimiert das ist einfach so wahnsinnige datenmengen mittlerweile im moment ist das hauptproblem auch die schnittstelle weil alle üblichen schnittstellen nicht schnell genug sind also hier mit usb 2.0 oder so es ist so die kamera hier intern nutzt eine optische schnittstelle hier drinnen sitzt eine laser diode damit überträgt die daten auf die damit werden die daten in den rekorder übertragen dort aufgezeichnet und das lesegerät muss dann letztendlich aus der karte erst wieder dateien erzeugen und das dauert im moment noch wenn ich jetzt so ein gutes stück kaufen möchte lieferzeit ist glaube ich nicht allzu lange aber ich muss schon einmal künftig auch wieder hinlegen die frage die jetzt hier glaube ich in diesem video heute genau interesse erfolgt was kann man so rechnen für so ein body also für das basissystem ohne objektiv rein also der body alleine kostet was für sony verhältnisse relativ günstig ist nur 65.000 aber der rekorder kommt halt nochmal dazu mit ich muss jetzt raten 15.000 17.000 aber die karten kosten auch noch mal also im gesamtpaket ist mal locker bei da ist ja unser beamer immer dahinten zeigen echter schnapper heute ne ich weiß nicht was kostet wir haben die tausend haben wir da hinten stehen der liegt bei knapp 18,8 inklusive steuer ja das ist echt schwierig so billig kriege ich keine bilder rein ok dann haben wir oben monitor natürlich und solche geschichten ich habe noch eine frage zum thema 25p ja wir haben ja bei den kinos eigentlich immer diese thematik mit 23,98 ja wobei auch da gibt es ja schon einen kleinen unterschied jetzt habe ich aber gehört die europäer speziell auch hier in deutschland die arbeiten gerne mit 25p wird gerne gemacht weil es halt einfach ich sag mal für den ganzen fernsehmarkt und so natürlich erstmal perfekt ist der ganze fernseh läuft auf 25p und die wandlung 25p auf 24 für das kino oder 23 irgendwas ist relativ einfach machbar der ganze take wird dann ein bisschen länger aber das merkt keiner schwierig ist wenn wir jetzt von 25p auf 30p wollten für den amerikanischen fernsehmarkt das funktioniert nicht gut aber das ist sehr schwierig aber es ist durchaus so wenn man jetzt hier mit einem kinofilm drehen würde wird man wahrscheinlich auf 24p drehen ok und die ist jetzt auch schon mehrfach bei kinos im einsatz gewesen die standblock millionär ist da glaube ich beispielsweise auch digital gedreht worden standblock millionär ist digital gedreht worden da gab es aber noch nicht diese kamera da gab es noch ganz andere kamerasysteme da haben wir auch damals habt ihr mit einiges mit zu tun mitentwickelt da haben wir die rekorder damals gebaut weil es die noch nicht gab ok aber also auf der kamera mir ist kein film bekannt der schon darauf gedreht ist der schon in den kinos wäre im moment laufen bestimmt einige produktionen die kamera ist auch erst seit ein zwei monaten wirklich dann ich habe gehört in Hollywood haben die 200 stück jetzt bekommen damit die mal langsam damit anfangen auch mal was damit zu sehen so mal gucken was in den nächsten jahren damit passiert genau also man wird sicherheitlich bald jetzt material sehen genau das sind die infos die der kameramann oder kamerassistent auf seinem video ausging hatte sagt uns einmal an was welche frames wir fahren dass jetzt kein nd filter drin ist die kamera hat integrierte nd filter wie wir es auch von den eb kameras kennen 800 exposure index steht für 800 asa das ist etwa die nennt empfindlichkeit von dem sensor ich könnte intern jetzt für die vorschau auch die asa auf 12.000 asa stellen hier haben wir unsere farbtemperatur das sind die 709 das ist im moment unserer vorschau ist rec 709 das heißt wir gehen in den video farbraum intern zeichnet die kamera aber im raw file auf das heißt das ist jetzt nur interessant für die ausgabe am monitor so dass die später am schnitt sehen kann und mit diesen daten genau mit diesen verhältnissen aufgezeichnet raw ist für euch die rohdaten also das originalbild unbearbeitet genau es werden die dann später erst nachher im schnitt oder in der pre-production gemacht genau jetzt werden die rohdaten vom sensor aufgezeichnet das heißt sachen wie weißabgleich sättigung kontrast und so weiter wird alles nicht mit in das bild eingebrannt sondern es werden einfach so viele informationen wie möglich vom sensor in die post getragen und dort dann die farbkorrektur gemacht und das kann im nachhinein alles noch gemacht werden ja da wird man sich manchmal wundert deshalb wird manche filme die immer so grünstichig sind was haben die dann alles von hand dann da und das ist alles absichtlich später in der farbkorrektur passiert genau ok wollen wir mal gucken dass unsere farben stimmen und dann würde ich sagen gehen wir mal zum nächsten was noch was haben wir noch ich wollte gerade mal zeigen was ich sehr interessant finde wir haben hier ein magnify von weil wir haben ja das problem wir haben eine 4k kamera ja und hier kommt aber ja nur ein hd bild raus an meinem monitor jetzt kann ich ja mal rein zoomen jetzt kann ich auch vierfach in das hd bild reinschauen und ich habe immer noch ein scharfes bild ich sehe immer noch keine pixel und das ist eigentlich unser originalbild also wir haben ja genau genommen ist das ja mehr als vier mal hd schönes spielzeug auf jeden fall klasse vielen dank erstmal gerne geschehen so das geht jetzt hier schlag auf schlag jetzt sind wir direkt zur nächsten position gegangen hier ist die firma eiso eiso dürfte ja vielen von euch bekannt sein als der hersteller von monitoren klassisch röhre oder natürlich mittlerweile alles auf flach und flach bildschirmen und dem ist der holger schmitz hallo holger hallo danke erstmal dass du mir hier kurz mal euer neustes wunderwerk der technik präsentieren willst im ersten moment sehen die alle gleich aus alle flach aber das herzstück das panel hat noch eine ganz ordentliche besonderheit wir haben hier mit dem fdh 361 ein wirklich 4k gerät das heißt wir haben die maximale auflösung von 4096 x 2160 und wir haben hier zwei video boards das besondere an unserem gerät ist dass wir eingangseitig jetzt mit dual dvi oder dual display board arbeiten können das heißt wir können rechner anschließen ganz normale standard grafikkarten nutzen oder auch wie gesagt ein content zeigen wie man hier auf der veranstaltung hat sehen können darüber hinaus bieten wir auch für den medizinischen bereich ein gerät an das ist der rx 840 ein gerät was sozusagen für die mediziner im bereich der befundtechnologie wichtig ist auch das ist halt ein 8 megapixel monitor und das ist jetzt die office lösung für den bereich broadcast und die rx 840 lösung ist sozusagen für den medizinischen bereich Das ist ja gar nicht mehr zu stoppen ich kann ja gar keine fragen stellen aber der hat alles direkt beantwortet also medizinischer bereich muss man fragen warum medizinischer bereich ist der irgendwie immun gegen röntgenstrahl oder was ist das für die anforderung es gibt halt hier im bereich der packsystem eine entsprechende helligkeitslösung das heißt wir haben hier eine sehr hohe helligkeit die geräte müssen kalibrierbar sein für die konstanzprüfung es gibt halt auflagen vom gesetzgeber her damit das blut auch so aussehen wie das sehen soll die geräte müssen entsprechend geprüft sein und müssen dann abgenommen werden um denn letztendlich diesen status als befund gerät zu verdienen wo setze ich eure geräte jetzt ein also wenn wir jetzt hier mal im bereich produktion sind in den schnittstudios im pre-production bereich oder wo wird das eingesetzt also derzeit haben wir die ersten erfolge jetzt bei kunden im bereich design das heißt bei großen autobillkonzernen die halt entscheidungen treffen was ausstattungen was designs des autos angeht wird das gerät eingesetzt als vorschung monitor für die großen vr räume da haben wir normalerweise 4k bima lösungen stehen aber die brauchen die geräte halt um zu konfigurieren um die vorschau vorzunehmen um halt den raum vorzubereiten okay jetzt haben wir auch wieder hier über das thema preis an die man zu sprechen ja wirklich interessant was wir für dimensionen haben wo liegen wir ungefähr bei so einem teil also das gerät ist sicherlich ich sag mal keins von der stange wir müssen ungefähr von einem preis ausgehen von circa 25k 25.000 euro in dem bereich dann da okay und dann kann ich ihn aber auch wie es so schön heißt mehr oder weniger fast allem anschließen was heute technischer standard ist für die 4k wiedergabe alles das was digitale ausgänge hat das können wir heute nutzen für das gerät und können das gerät entsprechend mit content versorgen wir können liefern genau wir können liefern ablager korrekt super alles klar viel erfolg ja dankeschön so jetzt haben wir also den film aufgenommen haben den auf dieser wunderschönen preiswerten speicherkarte abgelegt und diese speicherkarte wird jetzt eingelesen und jetzt bin ich beim reiner knebel einer knebel von 101 dann würden wir mal erklären was ich jetzt mit diesem tollen film machen kann denn ihr habt eine tolle software entwickelt ja wir haben ein cloud basierendes system entwickelt mit dem ein filmemacher oder hier immer der ebenso ein video band gedreht hat kann das einlesen zum beispiel ein schnittgerät in evit oder ein final cut system zum beispiel macht dann normalerweise verheiratet das bild mit dem ton und macht eine kleine farbprojekt hier drauf und kann dann dieses video in unsere cloud hochladen in unserem online speicher das heißt ich sag mal wir reden jetzt hier im wesentlichen oder wir erzählen das ganze hier für unsere normal sterblichen zuschauer das bedeutet er hat also den film mehr oder weniger schon mal vorbereitet da war natürlich nur das rohmaterial und steht soweit dann lädt er das hoch auf eine art ist wie genau ist ähnlich wie die idisc von apple oder sowas kann sich vorstellen ist eine virtuelle online speicher wenn man sich bei uns auf der webseite www.101media registriert als content donor registriert weisen wir jedem user seine eigenen cloud speicher online speicher zu der ist elastisch ist ganz egal ob er nur ganz wenig hochlädt oder tonnenweise daten der wächst mit der wächst mit der ist elastisch muss der user sich hier strömt die speichermenge die ist ganz flexibel und der user lädt dann sein video hoch wir verschlüsseln das das ist das a und o in unserer applikation das scheint ja ein großer unterschied zu sein zu youtube und co genau das ist wirklich verschlüsselt und dann könnten also auch nur autorisierte partner kollegen darauf zugreifen genau derjenige der das video hochgeladen hat generiert dann einen link zwischen dem verschlüsselten medium oder dem pfeil und dem projekt und gibt dann die e mail adressen ein von dem partner dem er eben zugriffsrechte geben will das heißt wenn ich jetzt mal anschaue dann gehe ich auf das konto und dann kann ich jetzt von das eine kamerateam hat jetzt ihre aufnahmen abgeschlossen regisseur war aber mehr oder weniger nicht zugegen dann kann er sich aber dort an seinem arbeitsplatz wo er sich gerade befindet sei es im hotel oder sei es auf der anderen produktion lockt er sich ein und sieht schon mal direkt das hohematerial genau und hat jetzt die möglichkeit auch hier diverse kommentare abzugeben genau er sieht also die genauen takes er sieht wann aufgenommen wie lang wann auch immer er sagt okay den will ich haben den will ich haben den will ich haben den will ich haben und somit können dann alle beteiligten darauf zugreifen genau das ist eine basis für viele e mail adressen die ihr dafür gibt und wie viele teilnehmer können das sein also preis es ist unabhängig es können beliebig viele sein aber es geht pro preis wir kosten 15 dollar 12,5 euro pro stunde material im monat und das beinhaltet 15 user also sie können eine stunde material mit 15 teilnehmern teilen so wenn ihr das jetzt hier bearbeitet hat kann dann wiederum der andere der schnittmeister editor der kann dann vielleicht anhand dieser vorgaben den film dann direkt weiter bearbeiten genau also zum beispiel die liste von dem material ist zum beispiel jetzt hier diese 10 elemente es gibt 10 szenen und takes in hier drin hier sieht man die approved spalte wenn ich jetzt als postproduktions supervisor verantwortlich für dieses projekt interessieren mich jetzt nur die approveden clips ich gebe hier ein freigegebenen clips dann bleibt nur noch so wenig übrig dann bleibt so wenig übrig und die zwei oder die fünf clips hier die gebe ich jetzt weiter generiere ich eine liste hier als xml file exportiert die schickt die in die postproduktion und von da aus muss ich jetzt nur noch mit diesen fünf clips weiter arbeiten kann den ganzen rest erstmal beiseite legen seit wann habt ihr das produkt auf dem markt seit dezember und speziell für alle filmschaffenden geeignet für alle filmschaffenden genau egal ob werbung oder spielfilm aber für jeden der sag ich mal videos sicher verteilen will ja und auch schnell bearbeiten will schnell bearbeiten will auf jeden Fall und dann kann ich mir jetzt die bilder auch direkt hier anschauen also das heißt den film kann ich direkt sehen ja genau das film ist sofort da und ist auch als vollbild sichtbar genau das sind die neuesten aufnahmen von dem neuen batman ja glaube ich nicht ne das ist ok und eine andere sache wäre wenn ich jetzt den film fertig habe könnte ich den theoretisch dann auch weltweit verschicken genau am produzenten genau am verkäufer und das ist alles gesichert gesichert das bleibt nichts auf dem also wenn ich jetzt nach südamerika oder nach russland anstatt eine dvd nach russland zu verschicken ist mir das wahrscheinlich lieber ich gebe denen nur zugriff auf meinen onlinestream spricht er die erfahrung oder wie ja also so geht es die länder waren rein willkürlich gegangen genau ok ja super vielen dank und vieles auch heute ja dankeschön jetzt haben wir ja die ganze zeit über 4k gesprochen wir haben gesehen wie es produziert wird wir haben gesehen welche technik man benutzt um heute Filme zu produzieren welche scheinwerfer und was es nicht alles dazu gibt und ja und unser projektor zeigt die ganze zeit hier erfolgreich tolles 4k material und tollen 4k content wie die hier alle in der szene sagen und woran liegt das wir haben unter anderem michael bauer hier vielen dank michael du hast uns diesen kleinen wunderschönen schrank mitgebracht und da steckt eure tolle technik drin ja was machst du denn da was hast du mitgebracht also ich habe den sogenannten bronto also in eurem projektor hängt jetzt der bronto und das besondere ist dass wir das ist nicht die Fernbedienung um das mal kurz zu sagen das ist nicht die Fernbedienung bronto ist ein diskrekorder ein player der unkomprimiertes material bis zu 4k abspielen kann und das besondere an dem system ist dass wir einfach diese hdmi schnittstelle 1.4 schon integriert haben die idealerweise den sony 4k projektor ansteuern kann den sony vw 1000 meint er den sony vw 1000 genau den er auch heute zum ersten mal gesehen hat in dieser sache richtig ja sehr gut überraschend viele leute sind begeistert und wir bringen 4k nach vorne jetzt glücklicherweise das war das Ziel dieser Veranstaltung würde ich auch sagen so und jetzt das heißt euer system ist ja in einigen punkten ich habe auch im vorfeld gesehen ziemlich einzigartig wenn ich mich täusche ich glaube zurzeit gibt es nichts vergleichbares weil die leute fragen ja alle wie kann ich denn überhaupt 4k content darstellen ihr macht das jetzt natürlich von der Zielgruppe her für die professionellen Anwender also alle die was mit Film, Werbung usw. zu tun haben das bedeutet also diese tolle teure karte die ich heute kennengelernt habe die da in dieser sony kamera ist die kann ich jetzt mit diesem kartenleser so anschließen an dieser maschine dass der ganze inhalt hier abgespeichert wird also ich erkläre es mal ganz kurz in einfachen worten wir sind ein digitales filmlabor okay alles hier drin alles hier drin genau das heißt wir können diese bilder die da erzeugt werden diese raw files diese raw bilder können wir die bayern das heißt deutsch entwickeln damit die wieder lesbar sind für die schnittsysteme und somit können wir quasi auch dann wieder zum schluss die filmer entwickeln für ins kino ja das heißt die sind ja digital und dort im kino werden 4k dcps generiert nennt sich das also digitale cinema pakete und so funktioniert das das ist dann aber wiederum ein komprimiertes format also das heißt digitales filmlabor wir entwickeln filme wir erzeugen wieder Filme für das kino die dann kompatibel sind für das kino und wir können auch den komprimierten unkomprimierten zwischenschritt bearbeiten damit man die höchstmöglichste qualität in der kompletten kompletten kette erhalten kann jetzt mal zu den technischen daten ich habe ja gesehen da sind so viele nette kleine blauen lampen am leuchten hier sehen ja sehr sexy aus aber das hat nicht nur einen netten effekt sondern es ist auch wirklich praktikabel weil diese lämpchen bedeuten dass alle festplatten am arbeiten sind wie viele sind hier drin also wir haben 16 festplatten am laufen also wir haben jetzt eine interne datenrate jetzt für diese 4k sequenz mit 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 24 bildern und circa 800 bis 900 megabyte pro sekunde kann man sich vorstellen man nimmt eine cd ja das ist genau das was auf der cd drauf ist und das versuchen sie mal zu kopieren auf dem rechner wie lange das dauert und das machen wir pro sekunde also bild für bild eine wunderbare erklärung habe ich sogar verstanden super finde ich gut das macht ihr bild für bild macht ihr das ganze hier und das ganze wird auch lecker warm ihr habt da so einen kleinen abluftschlauch und so eine kleine kühlanlage mit integriert genau das ist nicht nicht überkocht weil die processing der karten und die platten natürlich schön warm werden das was ich jetzt hier sehe ist ein player den ihr hier nutzt um das 4k material was auf den festplatten abgelegt ist abzurufen und da kann ich dann auch die gesamte technik die gesamte anlage mit steuern kann ich hier verschiedene Auflösungen einstellen und so weiter das ist das besondere bei uns wir sind ja schon sehr lange im markt wir sind ja schon seit 26 jahren und kommen eigentlich aus der forschung und entwicklung das heißt damals wurden unsere systeme benutzt um die heutigen displays zu entwickeln um hd und das wichtige war dann was ich mal kurz zeigen kann bitte dass wir diese sogenannten raster die wir hier haben damit wir überhaupt diese 4k sequenzen zeigen können auch alle drin haben also das sind die verschiedensten auflösungen das sind die verschiedensten auflösungen für den sd hd film bereich und das sind unsere speziellen die haben wir speziell programmiert für spezielle displays etc und das ist unsere spezialität wir können raster programmieren damit die auf allen möglichen displays funktionieren auf dieser erde und da waren wir früher halt in entwicklung und heute nutzen wir das natürlich mit unserer kleinen karte die wir da entwickelt haben was zb früher riesen 19 zoll schränke waren mit ram technologie und so weiter für die forschung in korea und japan für die heutigen lcd displays die wir haben etc jetzt habe ich hier mal wieder gerne zum schluss die nette frage gestellt was kostet der spaß denn und da sind auch immer schöne summe genannt wo fängt das so ungefähr mal an um das mal so sehen also so ein pronto das ist die kleinste lösung der fängt bei ca 20.000 euro an ein clipster liegt zwischen 70 und 100.000 euro der dann hauptsächlich in der produktion eingesetzt wird der pronto ist eher ein player und recorder dafür aber vielleicht das ist ja interessant wir haben diese schöne 4k karte die natürlich auch sony einsetzt um ein 4k bild auf den projektor zu bekommen als bildsequenz und diese karte ist erhältlich bei uns wenn jetzt jemand sehr geschickt ist kann er sich natürlich seinen eigenen 4k player bauen weil wichtig ist wir haben die 1.4 hdmi schnittstelle und somit kann man sich das auch selbst gerne gestalten wer die möglichkeiten dazu hat was wollt ihr dafür ungefähr haben so was kostet zwischen dreieinhalb und viertausend euro ok und dann bin ich aber mit 4k wirklich unter anderem maximal macht er dann 4k sagen wir mal so er kann alles darunter sowieso und dann eben maximal richtig 4k über hdmi was wichtig ist wir können auch skalieren das heißt wir können auf der hardware skalieren und das ist das wichtige ist eine hohe qualität also das ist für hollywood quasi produziert diese systeme und die sind halt für hollywood und da brauchen wir eine ganz ganz hohe qualität unsere systeme werden auch als referenz benutzt bei der ebu und irt und die testen dann quasi weil wir transparent aufzeichnen und wiedergeben können testen die natürlich mit unserem system ihre sequenzen und benutzen die dann weltweit für den vergleich der unterschiedlichen kodex und alles made in germany das kommt noch dazu und das macht mich richtig stolz und das motiviert mich auch wir schrauben alles in hannover es wird alles in hannover entwickelt und das ist richtig toll ich habe zugriff zu den entwicklern ich kann mich unterhalten wie funktioniert das also ich es ist richtig tolle firma und ja sucht ihr noch welche oder ja wir suchen ganz viele leute jetzt ohne witz wir suchen ganz viele entwickler sprich in die kamera wir suchen ja hallo ja da draußen also wenn ihr gerne bei einer tollen firma in hannover arbeiten würdet wir suchen noch einige entwickler hui entwickler alles was mit bildbearbeitung zu tun hat broadcast mxf etc diese leute suchen wir dringend und ja kommt nach hannover na siehst du mal haben wir auch noch eine gute tat getan vielleicht ist der ein oder andere job demnächst dabei ja super ich danke dir erstmal michael das war ein toller tag hier fand das richtig klasse wir sind wieder dabei beim nächsten mal und dann gehen wir mal zu unserem tausender und verabschieden uns nochmal von unseren guten zonen vw 1000 ok danke ja der abend ist schon relativ vorangeschritten und wir haben jetzt hier den tausender immer noch laufende auf einer fast drei meter leinwand hier den profis aus der film- und fernsehszene mal zeigte wie weit man mittlerweile mit 4k guckt und einheitliche meinung das hat man nicht erwartet das ist ziemlich beeindruckend und gerade wenn man mal sieht dass die ganze technik hier auch einmal frei ineinander greift also man sieht man in so einem workflow wie man so schön neudurch sagt also die ganzen arbeitsschritte den arbeitsablauf der greift so hintereinander dass man wirklich 4k sauber mittlerweile nutzen kann und deshalb wird auch in den nächsten monaten sicherlich das eine oder andere mehr bei 4k passieren wird so wir werden den abend hier noch genießen und würde sagen bis zum nächsten mal wir haben schon einiges vorbereitet für unseren youtube-kanal bleibt dran am besten abonnieren damit ihr auch wieder keine videos verpasst in nächster zeit und wünsche euch noch einen schönen bis dann nach dem glück bei bei dem google bei 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 Vielen Dank.